Angela wollte gerne was sagen noch. Angela? Wo ist Angela? Angela? Jetzt ist sie weggelaufen. Hallo Braunschweig. Ich habe so ein paar Tage Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen. Aus einem ganz einfachen Grund. Man hat beschlossen, mich auf Offline zu stellen. Also Handy-Software-Fehler, Router angeblich kaputt. Naja, wer es glaubt. Aber ich habe viele Gespräche geführt und als Reaktion bekomme ich meistens, wir können doch nichts tun. Dafür sind die Menschen nicht geeignet. Es wird sich in dieser Welt nie etwas verändern. Und da muss ich ganz vehement widersprechen, aus einem ganz einfachen Grund. Ihr wisst, ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Und bin erst einige Zeit nach der Wende hier nach Braunschweig gekommen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe damals einen echten Kulturschock erlebt. Und es war für mich fürchterlich, zu erleben, wie kalt Menschen miteinander umgehen, wie egoistisch sie sind, wie nur die eigenen Interessen im Fokus stehen. Und vielleicht habe ich auch gerade ein Brief gehabt, also ich bin von Anfang an so mit Ur-Braunschweigern, die, ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, die gehen zum Lachen in den Keller. Im Laufe der Jahre war es mir aber vergönnt, dann noch ganz viele liebe Braunschweige kennenzulernen, die anders denken. Und anders sind. Aber für mich war es damals ein Kulturschock. Und ich habe das heute noch, wenn ich zu feiern zum Beispiel in den neuen Bundesländern bin, dort herrscht eine ganz andere Atmosphäre. Dort ist die, natürlich sind auch die fünf neuen Bundesländer ein ganzes Stück egoistischer geworden, weil die Menschen teilweise dort um ihr Überleben gekämpft haben. Weil ihnen der Boden ohne den Füßen weggezogen wurde. Aber sie haben einst noch nie komplett aufgegeben, dieses Miteinander sich gegenseitig zu unterstützen. Ich nenne mal ein Beispiel, wo meine Mutter gewohnt hat, also meine Eltern. Das Haus ist abgerissen worden, ein Plattenbau. Und die Familien mussten alle das Haus verlassen. Und es waren vier Familien, die immer zusammengehalten haben. Und als die erste Familie hier dran war und gesagt hat, ja, am nächsten Freitag ist es soweit, dann kommt der Möbelwagen, dann waren die anderen drei Familien auch da. Und so war das bei allen vier Umzügen. Die haben sich einfach gegenseitig unterstützt. Das ist heute so in der Gartenanlage oder sonst irgendwo. Aber wir brauchen gar nicht so sehr in den Osten zu gucken. Wir können auch nach Afrika gucken. Wir können nach Japan gucken, Indonesien oder sonst wo. Diese Völker, bei denen noch eine ganz andere Kultur herrscht, wo die Alten geehrt werden, wo es undenkbar wäre, zum Beispiel die Eltern oder Großeltern in ein Altersheim zu geben. Weil dort sind einfach die Familien noch größer. Da wird sich miteinander eben um die Eltern gekümmert. Da herrscht ein Miteinander. Und selbst wenn jemand nichts hat, dann nehmen die trotzdem noch Bedürftige auf. Die teilen das Letzte, was sie haben. Und wenn ich dann hier höre, der Mensch ist dafür nicht geeignet, dann muss ich ganz vehement widersprechen. Natürlich ist der Mensch dafür geeignet. Der Mensch will es nur nicht. Aber woran liegt das? Ich kann es euch sagen. Das liegt daran, wie wir hier aufwachsen. Die Kinder werden geboren. Und das Erste, sie zahlen Miete. Für das Stückchen Erde, auf dem sie gerade in ihrem Babybettchen liegen. Sie zahlen Miete für das Babybettchen. Natürlich nicht sie selbst oder die Eltern. Beziehungsweise dann bei uns die Krankenkassen. Dann geht es weiter. Die Kinder kommen nach Hause und nach wenigen Monaten bereits sonst in die Kinderkrippe, damit die Eltern ja schnell wieder arbeiten gehen. Wo bleibt da die familiäre Bindung? Wo bleibt das Miteinander, das Teilen, die Liebe? Dann geht es in den Kindergarten. Dort werden sie bereits auf die Schule getrimmt. Dort herrscht das Leistungsprinzip. Dort werden die ersten Elterngespräche geführt, nach dem Motto, Ah, ihr Kind, das ist aber... Stopp! Das sind die ersten Leistungskontrollen. Nach dem Motto, wer kann gut reden, wer kann sich gut ausdrücken, wie gut ist die Feinmotorik entwickelt. Den Kindern wird keine Zeit mehr gegeben. Die Kinder haben keine Zeit, sich zu entwickeln. Sie werden von Anfang an auf Leistung getrimmt. In der Schule geht es weiter. Dort geht es nicht mehr nach Fähigkeiten. Dort geht es nicht darum, dem Kind die Umgebung zu geben, um sich zu entwickeln. Dort geht es nicht darum, seine Neugier zu befriedigen. Sondern es werden Themen vorgegeben. Wie müsste denn ein Lernumfeld aussehen für Kinder? Ich kann es euch sagen. Ein Angebot, wo jedes Kind sich das aussucht, was es machen möchte. Und nicht, was es machen muss. Und vor allen Dingen ohne irgendeine Leistungsbewertung vergleichen, sondern die Neugier der Kinder bewahren. Nur so können wir doch Menschen großziehen in Liebe, die auch bereit sind, etwas zu geben von sich. Dann geht es auf die Mittelschule, dann geht es aufs Gymnasium, in die Ausbildung, ins Studium. Doch was wird denn jetzt im Studium noch gelehrt, mit diesem Bachelor und Master? Es ist doch kein Studium mehr, wo gelehrt wird, zu denken, zu forschen, sich selbst eine Meinung zu bilden. Nein, es werden ganz einfach Scheine gemacht. Und was bringt dir dieser Schein? Du durst für diesen Schein büffeln, schreibst deine Arbeit hinterher, du hast den Rest eh vergessen. Es geht nicht mehr um Forschung und Lehre. Wo bleibt die Forschung? Wo bleibt die Neugier? Die Neugier des Menschen wird permanent unterdrückt. Und wenn jemand sich privat mit irgendeinem Hobby beschäftigt, was vielleicht mal ein bisschen anders ist, dann wird sofort gesagt, du hast ein Spleen. Also mein Hobby ist Mittelalter. Ich weiß nicht, wie oft ich mir irgendwelche dummen Sprüche anhören musste. Was? In alten Klamotten rennst du da rum? Und du tust da wirklich übernachten und mittelalterlich kochen? Ja, na und? Es ist mein Hobby. Es macht mir Spaß. Es ist meine Neugierde, mich an die Geschichte heranzuwagen. Und das ist das, was bei uns unterdrückt wird. Und deswegen fehlt einfach auch bei vielen die Einsicht, dass wir unsere Welt nur ändern können, wenn wir etwas in uns ändern, wenn wir Vorbild sind. Und dass wir Vorbild sein können, haben wir hier auf den Mahnwachen ganz deutlich bewiesen. Seit April stehen wir hier. Ich glaube, heute zum 27. Mal. Am Anfang waren die meisten von uns noch Fleischesser. Die haben sich noch nicht so viel Gedanken gemacht über Konsum. Wir sind als erstes hierher gekommen für den Frieden. Aber dann hat sich nach und nach hier etwas verändert. Und da ist ein Funken rüber gesprungen. Das konnte man richtig sehen von einem auf den anderen. Und das ist das, wo ich sage, jeder Einzelne, der in sich was verändert und zum Beispiel sagt, ich konsumiere weniger Fleisch. Man muss ja nicht gleich Vegetarier werden oder Veganer. Aber man sagt, ich konsumiere weniger Fleisch, ich hole nichts aus Massentierhaltung. oder ich konsumiere allgemein weniger. Ich brauche nicht ständig ein neues Handy. Ich brauche keine neue Playstation. Sondern ich versuche immer, meine Klamotten zu tauschen auf Tauschbörsen oder Bücher weiterzugeben. Dann kommen wieder Bücher zu mir zurück. Wo wir ganz einfach uns von dieser Konsumgesellschaft verabschieden, um die Erde in weniger auszubeutnen. Und nämlich in dem Hinblick, dass unser Lebensstil hier den bezahlen, zum Beispiel die Menschen in Afrika. Mit dem Verlust ihres Landes für große Agrarkonzerne, die dort Tierfutter anbauen, für das Fleisch, was wir hier essen. Nicht die Afrikaner. Das ist Tierfutter, wo wir die Tiere hier essen. Darüber gilt es nachzudenken. Und ich alleine kann nichts tun, sagte sich die halbe Menschheit. Und ganz ehrlich, wenn jeder von denen nur eine Kleinigkeit ändert und alle irgendetwas Bewegende und aber auch darüber reden. Ihr müsst darüber reden in eurem Umfeld. Und sei es bei Nachbarn, sei es bei Bekannten, sei es ganz einfach auf der Massagebank, wenn ihr eine Massage habt. Ihr werdet erstaunt, wo man überall über diese Themen reden kann. Und dann kann diese Welt friedlicher werden. weil dann brauchen wir keine Kriege mehr, um irgendjemanden auszubeutnen. Wenn wir weniger konsumieren, es ist, auf dieser Erde ist genug für alle da, wenn wir verantwortungsvoll damit umgehen. Und deswegen kann ich euch noch aufrufen. Wird etwas in euch verändern. In euch werdet friedlicher, verzeiht, auch wenn ihr irgendwo Streit gehabt habt. Verzeiht einfach. Ihr könnt es nicht mehr ändern. Ihr werdet Menschen in einem bestimmten Alter nicht mehr ändern können. Ihr könnt sie aber zum Nachdenken bringen. Und wenn ihr mit gutem Beispiel vorangeht, dann können wir überall auf der Welt Frieden haben. Dankeschön. Dankeschön, Angela. Man kann ältere Menschen doch ändern. Ich bin 53 und wie Angela es eben gesagt hatte, als wir hier die Mahnwachen angefangen haben, war ich noch Fleischesser. Ich bin es jetzt seit, glaube ich, drei Monaten nicht mehr. Also man kann sich ändern. Und nicht, weil ich gesagt habe, ich will das jetzt so, sondern einfach durch das Bewussterwerden, bewusster sich die Umwelt anschauen, bewusster anschauen, was passiert so in der Tierindustrie. Dieses Tierleid zu Hause haben wir selber Austiere und auf der anderen Seite kaufen wir irgendwo mit dem Laden irgendwelches Fleisch von irgendwelchen gequälten Tieren. Und nicht nur das Tierleid, sondern auch die eigene Gesundheit. Weil dort sind Hormone gespritzt, Antibiotika ohne Ende. Man sollte sich einfach mal fragen, warum viele Antibiotika auch vom Arzt verschrieben heute überhaupt nicht mehr wirken. Das ist einfach, weil wir mittlerweile selber Resistenzen halt darüber aufgebaut haben. Aber ich tue es jetzt doch!